Meine Frau hat mal wieder ein paar Stiefel gekauft. Egal wie knapp die Haushaltskasse ist, Carstens Ehefrau kann an schönen Stiefeln einfach nicht vorbeigehen. Sind das schon wieder neue Stiefel? Tut mir leid, Schatz. Sag mal, hast du eigentlich schon mal an Sparen gedacht? Ich ärgere mich und laufe nachts eine Straße entlang. Steht da im Dunkeln ein Typ und sagt zu mir, wollen Sie wissen, was er zu mir sagt? Er sagt. Hey, hey du. Ich? Hey. Brauchst du zufällig einen GPS-Antennen-Dummy? Was ist denn das? Ja, so eine Hatrappe von so einer GPS-Antenne. Hier, ist doch drauf. Sieht aus wie vom BMW. Was ist denn mit? Hey. Funktioniert doch gar nicht. Ja, scheißegal. Sieht geil aus. Bingo. Und da kam mir die Idee, wie ich mich für das 67. unnötige Paar Stiefel rächen konnte. Schau, Schatz, was da alles drin ist. Eine verstellbare Taschenlampe. Ein Nothammer. Ein Notstromaggregat für dein Handy. Ein Überbrückungskabel. Und ein Eiskratzer mit Glitzer drin. Karsten, weißt du was? Behalt dein Kram. Und deinen Gebrümpen-Boomer kannst du auch selber fahren. Brechen wohl eisige Zeiten an. Aber auch dafür hat sich die Industrie ein Zubehörteil einfallen lassen. Die Flashbox. Eine Fernbedienung gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Ihren Blinkern zu fahren. Achten Sie mal auf den Blinker. Ich drücke jetzt hier drauf. Was? Wenn Sie dieses Zeichen sehen, möchte der Fahrer, dass Sie sofort rechts ran fahren, sich Pullover und alles, was Sie sonst noch im Körper tragen, vom Leibe reißen und sofort rechts ran. Das ist ein Hammer, oder? Das heißt rechts abbiegen. Nee, jetzt hat es da geleuchtet und hier. Das heißt, danke. Na bitte. Das ist das schlimmste Männchen von allen hier, der kleine Fratz. Jetzt drücke ich hier drauf. Und jetzt gucken Sie sich das mal an. Können Sie das entziffern? Nee. Wie ist das mit der Frau? Es ist schwer mit dieser Sprache. Naja. Wenn Sie einer auf der Straße so anblinkt, würden Sie dann rechts ran fahren? Unter Umständen, ja, es kommt drauf an, wer hinter dem Steuer sitzt. Sie flirten lieber Natur im Bus und Bahn, ne? Also das ist eigentlich das Kommando fürs Losknattern. Fahren Sie bitte rechts an und wir fangen an zu knattern. Ist Ihnen das schon mal passiert im Verkehr? Nein. Das ist mir noch nie passiert. Also die Flirtbedienung hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Schade. Also die Flirtbedienung hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also die Flirtbedienung hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also die Flirtbedienung hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also die Flirtbedienung hat irgendwie nicht so richtig funktioniert.